äh ich kann die aufträge echt nicht lesen ich bin deine lehrerin madame hutsch in deiner ersten stunde wirst du lernen durch diese magischen ringe zu fliegen super steuere deinen besen mit den pfeiltasten mit den tasten zum beschleunigen und bremsen kannst du deine fluggeschwindigkeit regulieren super nur fertig wenn ich pfeife geht's los das ist echt klasse er drücke z zum abbremsen z ist nur auf der deutschen tastatur y das ist sehr wichtig zum blick habe ich vorher die steuerung gelesen aber auch super ist ja ich denke mal ziemlich gut aber ist auch schon super ja erste flugstunde hier her wie steigt man auf dem flug durch die magischen ringe auf geht's vor allen dingen mit den pfeiltasten ist es echt vor allem soll ich 82 hatte soll ich nicht auf ja stimmt hier war doch ein ist was 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 macht ich mache doch schon ich war so richtig gefordert was würde ach so diese ringe werden mich vor ich glaube auch oder ich hab einfach nicht glück jetzt probieren wir das ganze mal dringend willst du mich verarschen ach du schande komm das schaffe ich doch vor allen dingen bin ich hier der einzige der punkte für das haus griffindor macht glaube ich glaube ich komm schon das muss ich schaffen das muss ich doch schaffen komm schon komm schon ach da öffnet sich's gleich ja super nein ich hab's nicht geschafft ich hab dich sehr geschickt angestellt harry 15 punkte für griffindor wie schwer das ist das fasst man gar nicht gratulieren kann man gar nicht fassen weil du der erste schüler seit 1867 bist der den geheimraum gefunden hat du kannst ab jetzt üben wann immer du willst die entsprechende option findest du im hauptmenü was ist das hauptmenü jetzt mach dich aber auf den weg zum zauberkunstunterricht einen schönen tag noch harry bis dann tschüss ihr deppen nimm an professor flittwigs zauberunterricht teil ja und so endete das abenteuer auf dem besen ach ja an was man sich doch noch so ein bisschen erinnert denn man ging doch zweimal ja das ging zweimal ja sogar dreimal aber viermal flippen 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 er stellt hier überall nur diese kessel auf mit den ganzen blutig putzen hallo ok hallo kennst du Hagrid schon? er ist so groß, dass ich fast seinen kopf nicht mehr sehen kann viel Spaß noch da sollst du mir mal deinen kopf nach oben und unten bewegen oder so nicht nur nach links und rechts guck mal so geht er ich schaff es sogar nach oben zu gucken ohne meinen kopf nach oben zu drehen ja ich bin echt gut hey ermine kannst du mal gucken ich hab da so ne du bist ein bisschen zu früh dran Harry aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen den ich mir selber beigebracht habe es ist der Arlohomora Zauber mit ihm kannst du Dinge öffnen die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden treib aber keinen Unfug damit das ist das Symbol für den Arlohomora Zauber das ist das Symbol für den Arlohomora Zauber wenn ich fertig bin drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach lass die Maustaste einfach wieder los wenn du fertig bist aber du gibst mir doch gar keine Hauspunkte äh denn Hauspunkte krieg ich denn da oh Gott ähm zack kannst du nicht lieber da mal was gucken ich hab da so ne hochwarze ahaha wow gut Harry ich bin mir sicher Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber 5 Hauspunkte gegeben ähm jetzt ohne Witz die gibt mir einfach Hauspunkte pfff fast nicht wenn ich schnell sein soll dann verpack ich's hm ich bin mir sicher hätte dir dafür Hauspunkte gegeben hier hast du mal Hauspunkte für unser Haus natürlich also ja danke und weil ich dir ja und weil ich dich gefunden habe gebe ich mir selbst 100 Hauspunkte das ist doch nur fair hm ich glaub auch ich glaub ich dreh am Rad ich glaub ich dreh am Rad oder so Alter mit der Maus ist es echt kein Vergnügen oh da hab ich schön viel versemmelt oh puh oh das war ausgezeichnet Harry ja zeichne es mir doch nochmal ich bin mir sicher er hätte dir 15 Hauspunkte gegeben und deshalb kriege ich sie einfach so langsam hast du den Dreh raus naja komm schon komm schon komm schon das wird doch ja 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 jawoll Das war ausgezeichnet, Harry. Das war brillant, Harry. Professor Flitwick hätte dir mindestens 20 Hauspunkte dafür gegeben. Aha. 50 Punkte für Gryffindor. Einfach so. Versuch jetzt mal, den Alohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Ich glaube, ich brauche auch bald Alohomora. Alohomora. Moa, Alohomora. Alohomora. Alkoholmora. Alohomora. Das ist, glaube ich, ein bisschen besoffen, der liebe Harry. Alohomora. In diesem Raum gibt es zwei Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Da du sie kennst, sind es hier keine Geheimnisse mehr. Dum, 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 dum. Ich muss einfach irgendwas verwenden. Aha. Alohomora. Such mal mit dem Bücherschrank. Äh, der... Jetzt... Mädchen, guck doch mal, was ich gerade eben gemacht habe. Hallo, Spiegel. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Hallo, ich bin schön. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Moa, Alkohol. Alohomora. Da kam es rausgeschossen. Ah, wusste ich doch, dass es da hier was ist, hier. Haha. Ach ja. Da kann man doch nur so einen... An kleinen Details kann man sich doch noch erinnern. Alohomora. Alohomora. So. An deinem Bild vielleicht auch noch. Woll. Nur nicht übertreiben hier mit dem... Diese Tür kommt zu zum Unterrichtsraum für Zauberer. Hallo? Ja, es ist mir doch egal. Ich will hier gerade die Tür, die Truhe ausräumen. Boom. Ein Kanonenschuss an beide über das Boden. In mein Gesicht. So, wo bin ich denn jetzt? Äh... Ah, ja. Ja, da war ich doch eben. Da habe ich das auch gerade gespeichert. Warum soll denn das? Naja, hallo, Professor Flitrick. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Es ist ja unfassbar, wie viel ich zauber ich hier lerne. So. Das war noch mindestens 90%. Federn, ja, ja. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja. Ich bin ja der Asi vom Dienst, ich muss ja alles machen. Ich verdiene die ganzen Punkte für Gryffindor, weil die anderen überhaupt nichts machen. Oh je. Na, der war trotzdem noch was gut. Sehr eindrucksvoll, Harry. Vielen Dank. Dann zeichnen wir es mir doch bitte nochmal. Ah, vielen Dank. Was zum Teufel soll das? So. Wieder 98%. Komm, da kriege ich doch 50 Punkte raus. Dankeschön, dankeschön. 15 Punkte für Gryffindor. Vielen Dank. Lass uns weitermachen, Harry. Gerne doch. Probieren wir es gleich nochmal. Jetzt habe ich es verkackt wahrscheinlich. Oh. Oh. Oh je. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es so verkackt. Oh. Nur weil ich diese paar Zentimeter nicht weiter konnte. Ja, das ist doch... Oh je. Das war ziemlich krass. ... zum Mäuse melken. Das war es tatsächlich. Super. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa Aufgabe beginnen, um den Zaubern zu üben. Folg mir, Harry. Äh, da sprang er von seinem Bücherstapel runter. Und brach sich das Bein. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Ja, da steht ein großes W drauf. Wingardium Leviosa. Wupp, wupp, wupp. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Okay. Ich hoffe mal, das muss jeder machen. Nicht nur ich, ne? Bis dann. Sieht schon mal interessant aus. Wupp. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Auch nur noch rein. Flip Hendo. Flip Hendo. Hm. Konnte man wohl wirklich nur im zweiten Teil aufheben. Naja. Flip Hendo. Ja, sehr gut. Naja. Dafür bleiben sie für immer sitzen. Ich glaube, im zweiten Teil stehen die auch wieder auf. Naja. Räumen wir mal noch diesen Kessel hier aus. Oh, da gibt es gleich wieder einen Kanonenschuss. Hup. Nein, kletter nicht hoch. Du musst da nicht hochklettern. Keine Ohrenschuss. Kanonenschuss. Los geht's. Sehr gut. Ich kann gar nicht genug kriegen. Ich stecke die mir alle in die Tasche. Flip Hendo. Hm. Weitere Zonen. Lecker, 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 lecker. So. Da sieht man ganz viel. Flip Hendo. Flip Hendo. Flip Hendo. Flip Hendo. Renn doch nicht weg. Flip Hendo. So. Ein Gitter geöffnet. Und das machen wir gerade mal bei der anderen Seite auf. Das bestimmt auch wieder. Flip Hendo. Flip Hendo. So. Gut, dann immer so. Zieh ihn, zieh ihn, zieh ihn, zieh ihn. Weiter, weiter, weiter. Warum willst du nicht weiter? Dann eben so. Okay. Zack, 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 zack. Schneller. Warum bist du so langsam los? Und unseren ersten Stern haben wir schon mal. Ah, schön. Äh, unser zweiten meine ich natürlich. So, jetzt sind wir außerhalb von Hogwarts. Und da haben wir wieder ein Schalter-Rätsel. Quasi. Gott, das dauert echt ewig. Oh ja. Klar, warum nicht? Was ist mit Hogwarts noch passiert? Oder hat Flitwick etwa, äh, keine Ahnung, wie heißt das? Augmented Reality oder so. Das ist ja alles ein 3D-Videospiel. Da kann man ja so einfach sowas machen. Das ist auch cool. Okay, hier können wir lang und da gehen wir genau denselben Weg raus. Aber hier haben wir noch einen Schalter versteckt. Aha. Das sollte ich wohl wieder sehen, ne? Ah, so. So, mit den Pfeiltasten geht das viel schneller. Ja, und da hat er sich kurzerhand auf den Schalter teleportiert. Super, einfach nur klasse. Öffne dich, Spiegel. Was wir hier wohl finden? Vielleicht eine Sammelkarte? Wer weiß. Ach nee, ein Stern. Nein, nicht auf dem Boden. Nein, 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 nein. Boah. Ah, doch eine Sammelkarte. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Sammelkarte. Karte bekommen. Alles klar. So, eine schwebende Plattform wieder. Mach doch schneller. Da unten ist ja auch noch ein Stern. Fliegen wir da jetzt hin? Ähm. Nee, machen wir nicht. Gucken wir schon da ran. Vielleicht später. Vielleicht einfach später. Und, Harry, du hast die Aufgabe bestanden. Wie? Du hast mehrere Sterne eingesammelt. Dafür bekommst du zehn Hauspunkte. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ja, und wie... ...sollte ich an den Stern da hinten kommen? Ja.